Hallo Leute, heute bei Mathematik in 5 Minuten Barwertformel Barwertformel Was ist die Barwertformel? Die Barwertformel, abgekürzt BWF kann auch Barwertfaktor heißen ist 1 plus i hoch n minus 1 Bruchstrich 1 plus i hoch n mal i das ist der Barwertfaktor so ist der definiert beziehungsweise so ist die Formel so und wo brauche ich das jetzt? wenn ich den Barwert ausrechnen will was ist der Barwert? der Barwert ist der Wert was künftige Zahlungen stellen wir uns wieder eine Anlage vor eine Anlage mit 1000 Euro das ist mein Kapital 1000 Euro also so eine Art Rente ich zahle jedes Jahr 1000 Euro ein bei einem Zinssatz von 3% und eine Laufzeit von 10 Jahren und jeden Neujahrstag zahle ich 1000 Euro ein jetzt ist die Frage was ist das Geld was ich da einzahle sprich meine künftigen Zahlungen was sind die heute wert? und dieser Wert ist der Barwert also ausreden kann ich das Ganze indem ich sage B oder Barwert schreibe ich alle in Barwert ist gleich Barwertformel mal Kapital so jetzt ist es nur noch eine Einsetzerei in die Barwertformel ist 1 plus i beim i wird aufpassen nicht Prozent einsetzen sondern 0,03 hoch 10 weil es sind 10 Zahlungsperioden minus 1 1 plus 0,03 hoch die 10 mal die 0,03 so jetzt noch multipliziert mit einer Zahlung sprich den 1000 Euro die ich am Neujahrstag einzahle und dann das Ganze noch in den Taschenrechner reingeklopft erhalte ich 8530,20 Euro und das ist mein Barwert von den von dieser Anlage und der Barwert sagt ja nochmal zur Wiederholung was die künftigen Zahlungen heute wert sind also die künftigen Zahlungen der nächsten 10 Jahre wo ich immer am Neujahrstag 1000, 1000, 1000, 1000, 1000 wieder Zeitstrahl 1000 überall zahle ich 1000 1000 hier 1000 hier 1000 hier 1000 und jetzt ist die Frage was sind diese ganzen Zahlungen zu diesem Zeitpunkt was sind diese Zahlungen zu heutigen Zeitpunkt heute das müsst ihr euch als Zeitachse vorstellen T was sind diese Zahlungen heute wert das ist der Barwert ich glaube mein Video hat euch gefallen wünsche euch noch einen schönen Tag euer Mathematik in 5 Minuten